Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute ein Blick vom neuen Verbindungssteg zwischen Querbahnsteig und Pronatsbau. Wir sehen hier auf die Baugrube hinunter in den Abgang zur S-Bahn. So wie der Beton im Untergrund zurückgebaut wird, wird gleichzeitig wieder Ballast eingebaut, damit die Statik für den S-Bahn-Tunnel erhalten bleibt. Noch ein kurzer Blick auf die andere Seite. Die Bauzäune sind abgebaut. Die Bauzäune sind abgebaut. Die Bauzäune sind abgebaut. Die Bauzäune sind abuckerend. Der Zugang zum Bonatsbau wird geschützt. Auch von hier ist der Blick frei auf die andere Seite. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Pyramiden im ehemaligen Bahnsteigbereich der Stuttgarter Hauptbahn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.